Musik Wenn wir die Möglichkeit der Lebensgruppe nicht hätten, dann würden wir persönlich fehlen der Austausch mit anderen, mit anderen Meinungen und miteinander so weiterkommen können. Mir würde persönlich fehlen die Gemeinschaft, das Miteinander und auch ein bisschen zu spüren, was die Leute vom Sonntag mitgenommen haben. Das ist für mich noch sehr interessant zu hören, zu spüren, mit zu kommen, was vom Sonntag noch so geblieben ist. Musik Wenn es die Lebensgruppe nicht gäbe, dann würde mir fehlen der persönlichen Austausch untereinander, der regelmässigen sich treffen, uns ehrlich, authentisch auszutauschen über Gott und die Welt und ganz persönlich über das, was ich erlebe im Alltag. Musik 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 Musik